Also wir sind die Emil von Bering Schule. Wir sind eine Grund-, Haupt- und Realschule. Wir waren also schon länger an den Druckern interessiert. Sie waren aber sehr teuer oder sahen sehr selbst gebastelt aus. Und als wir dann diesen Replikator 2 in der Presse gefunden haben, waren wir eigentlich ganz glücklich. Das Gerät war auch erschwinglich. Das konnten wir uns leisten. Wir arbeiten hier mit dem Programm 1-2-3-D-Design, aber auch mit anderen Programmen, zum Beispiel mit dem Programm Blender. Und damit erstellen wir die 3D-Objekte. Das ist die eigentliche Arbeit für die Schüler. Und danach freuen die sich natürlich, wenn sie es ausdrucken können. Ich weiß nicht, ich finde es interessant, das alles zu lernen, weil man muss erst alles verstehen, wie dieses Programm funktioniert. Und wenn man es verstanden hat, dann geht es eigentlich. Die Handreichungen, die wir hier angeschafft haben, sind absolut hilfreich. Die Tutorials, die da drauf sind, sind sehr gut gestaltet, sind sehr gut selbsterklärend. Man kann den Schülern also ein Tutorial mit an die Hand geben, entweder ausdrucken oder eben das Files auf die Computer laden. Und dann können sie selbstständig die Sachen entwickeln und modellieren. Das ist unser erstes Jahr jetzt, wo wir diesen 3D-Druckkurs laufen lassen. Und ich fand interessant, dass sich also die Schüler, dass sich nicht die reinen Technikfreaks hier in diesen Kurs eingewählt haben, sondern dass auch die viele Schüler das einfach so spannend fanden, was dieser Drucker macht, dass sie sich überreden ließen, sich jetzt mit diesem doch sehr abstrakten technischen Programmieren zu beschäftigen. Das ist also ein toller Effekt. Ich habe im Fernsehen eine Dokumentation gesehen. Da wurde bestätigt, dass man in 15 bis 20 Jahren sogar Essen drucken kann. Ich glaube, wir würden uns alle am liebsten Schokolade ausdrucken. Ich habe im Fernsehen gesehen. Vielen Dank.